Hallo liebe Zuschauer unserer virtuellen Messe. Unser neuer, besonders leichter Kolben für unsere Drehkolbenpumpe wird sie in Staunen versetzt. Sie wissen ja, wir arbeiten täglich daran, Ihnen mit Innovationen aus dem Hause Vogelsang die Arbeit zu erleichtern. Den Trend der Gewichtseinsparung in der Landwirtschaft verfolgen wir schon seit längerem. Denn je leichter die Pumpe, umso höher die Nutzlast am Fasswagen oder Transportfahrzeug. Unser neuer High-Flow-Resist-Kolben ist unerhört leicht und erreicht unschlagbare Standzeiten. Er besitzt einen neu entwickelten Kern. Einzelne Segmente auf Stahl sind übereinander angeordnet durch den Freiraum zwischen den Segmenten, entsteht beim Vulkanisieren eine Art Verzahnung der Gummierung und des Kerns. Dadurch erhöhen wir seine Stabilität enorm. Mit unserem High-Flow-Resist erhöht sich die Standzeit um das bis zu Vierfache. Denn er ist enorm robust und stabil. Dabei können Sie auf bis zu 61 Prozent Gewichtseinsparungen setzen. Einfach genial. Leichtgewicht mit hoher Standzeit. Sprechen Sie uns an. Vogelsang. Leading in Technology.